hallo leute und herzlich willkommen zurück zu neuen shop video hier auf meinem kanal wenn euch diese videos gefallen hast doch gerne ein abon like da wer würde jedenfalls sehr sehr nice sein und ich würde sagen wir switchen direkt rüber in den item shop und gucken was dort heute neue ist wir haben neuen skin heute drin und viele alte skins natürlich auch wieder ich würde sagen wir beginnen direkt mit dem neuen skin dem sterling skin von 24 grad set das heißt das sozusagen männliche version vom level 100 skin finde ich jetzt nicht ganz so cool ist ganz okay aber trifft jetzt nicht meinen persönlichen geschmack hinten das backpack sieht allerdings ganz cool aus jemand alles so ein bisschen auf reich eher dazu passend gibt es den juwelen hammer das ist eigentlich ganz cool aus doch einen ganz coolen sound und ist jemand auch wieder sehr mit edelstein bestückt dann haben wir noch den lace charakter dort das backpack sieht eigentlich ganz cool aus dieser kuschelhase der dann auch mit dem bein so stimmt wenn man es bewegt bin ich auf jeden fall ganz nice ein charakter weil ich den paradox charakter noch ein bisschen lieber mag wobei ich hier irgendwie das backpack ein bisschen strange finde trotzdem das ist ein cooler skin und natürlich gibt es dazu noch eine passende spitzhacke ich finde hier mit dem auge dass da einfach dauerhaft guckt und dann gibt es natürlich noch den hänge gleiter 500 wie bugs für kein standard gleiter sondern ein sehr speziellen gleiter den es sonst nicht gibt finde ich schon sehr sehr gut lohnt sich dementsprechend sehr gut dann haben wir luft gitarre ist auf jeden fall ein ganz cooler mode gefällt mir auf jeden fall dann haben wir die sind kerzen künstlerin vom schrottplatz set angezogen immer so ein bisschen wie bob der baumeister mit hier blauer hose und oder noch solchen gelben baustellen baustellen bändern und dann eben halt hier mit diesem schrotthund hinten dran sieht eigentlich ganz cool aus wirklich das skin lohnt sich dementsprechend auch und bei twist ist der biet echt cool und sieht eigentlich auch ganz nice aus lohnt sich dementsprechend wirklich dann gibt es ja auch noch die marke meisterin die ich auch relativ finde ja weiß gehalten und dann auch noch hier mit so coolen holzschuhen und hinten eben halt da noch die sushi daran dann haben wir als vorletztes noch sichel schläger ich finde wenn man die sichel hat lohnt sich das nicht so wirklich trotzdem sieht es eigentlich ganz cool aus mal cool wäre auch einfach nur ein baseball schläger und immer kein baseball schläger mit einem sichel aber wir haben als letztes noch mal eine neue lackierung und zwar infernalisch wahrscheinlich passend zum vulkan ausbruch der manche oben spritzte lava rüber und dann über das schwarze gestein 300 wie wachs dafür als ziemlich strahlend und nehmen als ein schön tiefes schwarz ich hoffe ich auf jeden fall richtig cool man sieht hier sehr cool aus in generell die waffentanung in fordner 10 oder gefallen mir persönlich sehr sehr gut auch auf allen waffen sieht es cool aus finde ich auf jeden fall wirklich nice lackierung gerade auf der diegel sieht das extrem cool aus schon ein bisschen wie so tarnfarben muster auf dem bogen das jetzt nicht ganz so man merkt im prinzip nur das schwarze dann hier einmal die paar lavakonturen aber größtenteils merkt man nicht so viel von trotzdem insgesamt 300 wie wachs eine grüne lackierung lohnt sich auf jeden fall kann man sich gut kaufen ich habe schon eine lava lackierung von daher werde ich mir glaube ich erst mal keine andere kaufen und heute haben wir das dreifach lama kann teilweise eben halt oder es ist das einfache eben von einem upgrade lama wenn man dann hier so ein paar mehr oder zwei legendäre überlebende dafür dass man dass das 120 wachs kostet geht auf jeden fall klar in dreifach lamas lohnt sich immer je nachdem was für loot drin ist aber dreifach lama dann dieses große lama paket und normale upgrade lama die lohnen sich am meisten neben den anhänger und super anhänger lama damals wenn man einfach hauptsächlich überlebende braucht den rest kann man viel günstiger aus der sammlung erforschen und wir haben heute auch noch eine neue waffe nämlich kupfer duett ähm sieht auf jeden fall sehr cool aus ähm hat eine schussrate von 5,0 das heißt eher etwas langsamer klassische crit werte ähm anderthalbfacher kopfschuss multiplikator äh 500 schaden 500 grundschaden reichweite 4.096 das heißt nicht so eine extrem weite ähm aber eine sehr sehr große magazin größe bin ich auf jeden fall gespannt drauf ähm sieht auf jeden fall schon ganz cool aus relativ oder eine normale nachladezeit ich glaube die kann echt gut sein und die deckengast falle das ist die falle die sich am meisten lohnt zu kaufen das heißt falls ihr die noch nicht habt ähm würde ich das jetzt ändern äh sorry ähm lohnt sich am meisten äh plüschig äh wobei der mimla kennen lohnt sich eigentlich am meisten hier und die plüsch brüschig adlerauge und ich würde sagen ähm oder ich hoffe ich schalte da mal milksnöde wieder ein und bis dahin ciao